Ja Leute, was geht? Jetzt willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt gerade ein Main-Video aufgeladen. Okay, was heißt gerade? Vor zwei Stunden oder so. Obwohl, ach keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein Video aufgeladen auf meinem Main-Kanal. Ihr könnt es gerne abchecken, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann halt nicht. Lasst auf jeden Fall 10 Likes da. Und ich glaube, ich werde das Geek bald beenden. Ja, tschüss. Ja, tschüss.